Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Heute blicken wir natürlich nochmal auf den gestern offiziell gewordenen Deal mit Sport5 und was es eben auch dort auf sich hat, wie viel Geld Schalke bekommen könnte, wo die Vorteile liegen, wo aber natürlich auch die Risiken liegen und was generell sich Schalke von diesem Deal erhofft. Damit einhergehend gibt es auch Neuigkeiten zur Hauptsponsoren-Suche, denn dort gibt es Zuversicht auf Schalke, dass das auf jeden Fall funktionieren wird. Es gibt aber auf der anderen Seite auch Kritik an Marc Wilmots und seiner Arbeit, seiner Herangehensweise und es gibt ein spannendes Update zu Assan Uedroogo, denn seit langem gibt es mal wieder einen Medienbericht, der behauptet, ein Verbleib von Uedroogo auf Schalke ist sogar auch noch vorstellbar. Das sind also heute unsere Themen auf Schalke Insight, wir gehen rein in die aktuellen S04 News. Und wir legen natürlich mit der Geschichte los, die gestern von unserem Verein offiziell gemacht wurde. Schalke arbeitet nun mit Sport5 zusammen, man hat eine Partnerschaft abgeschlossen, die umfassend Schalke eben auch dann helfen soll beim Thema Vertrieb. Also Schalke geht neue Wege im Vertrieb von Sponsoring und Hospitality, so hatte Schalke selber auch offiziell gesagt. Ab sofort arbeitet man mit der Agentur Sport5 zusammen. Die Partnerschaft mit der global agierenden Vermarktungsagentur ist auf fünf Jahre angelegt und individuell auf die Bedürfnisse von unserem Verein zugeschnitten. Es hat sich ja schon zuvor angedeutet, dass Schalke hier eine solche Entscheidung treffen will, damit man eben die Vertriebspower stärken kann. Und trotzdem bleiben die Vermarktungsrechte und damit auch die Entscheidungshoheit über kommerzielle Fragen, wie angekündigt, ganzheitlich beim Verein. Und das ist eben auch dann Schalkes offizielle Aussage dazu. Es gab ja auch gestern diesen offiziellen Bericht von Schalke zu dem Thema, der meiner Meinung nach nicht ganz so einfach zu verstehen war. Also es gab sehr viele Fachbegriffe, sehr viele Sätze, die das natürlich erklärt haben, warum man mit Sport5 zusammenarbeiten möchte. Aber es auch teilweise so erklärt wurde, dass man jetzt auch nicht so genau weiß, wo liegen denn nun die Vorteile und wo die Nachteile. Matthias Tillmann hat ja dazu Folgendes gesagt. Zusammen mit Sport5 werden wir partnerschaftlich daran arbeiten, das Potenzial der Marke FC Schalke 04 im Sponsoring erfolgreich zu heben. Unsere Vertriebspower wird mit einem Schlag mehr als verdreifacht. Gemeinsam mit der Expertise von Sport5 werden wir die angepeilten Neuabschlüsse in einem für alle im Club schwierigen Marktumfeld kurzfristig, also bereits mit Blick auf die kommende Saison, realisieren können. Das erhöht unsere Planungssicherheit für die nahe und mittlere Zukunft spürbar. Die Partnerschaft bietet uns auch über das reine Umsatzpotenzial hinaus die Chance, neue innovative Wege im Sponsoring zu gehen. Ich denke dabei vor allem an die Digitalisierung im Bereich Hospitality und die Potenziale der Knappenschmiede. Also so war die obvielte Aussage von Matthias Tillmann. Die WATS hat hingegen auf jeden Fall nochmal ausführlich herausgearbeitet, was denn die Details und die Hintergründe hier auf jeden Fall auch sind. Es geht eben in erster Linie darum, die Vertriebspower zu stärken. Das bedeutet, unsere Vertriebsabteilung bei Schalke bestand zuletzt aus weniger als fünf festangestellten Mitarbeitern. Nun durch Zusammenarbeit mit Sport5 wird das Vertriebsteam künftig verdreifacht. Das hat die WATS herausgefunden. Es ist eben nötig aus Schalker Sicht, weil die Suche nach Sponsoren kompliziert ist. Es ist wirtschaftlich und auch sportlich natürlich sehr, sehr schwierig geworden. Und Schalke glaubt eben, dass man kurzfristig mit Hilfe von Sport5 die Einnahmen stabilisieren kann und eben dann im besten Falle auch noch höhere erzielen wird. Und das ist auf jeden Fall dann ja die klare Mission. So, wichtig ist und bleibt auch nochmal, das hat der Schalke selber betont, dass man faktisch keine Vertriebsrechte verkauft hat, sondern man holt sich eben Expertise hinzu. Die Entscheidungshoheit, die ist und bleibt bei Schalke vom Vorstand und Aufsichtsrat. Man ist eben damit jetzt natürlich mit einem Vermarkter zusammen mit Sport5, die durchaus ein enormes Netzwerk haben. Die arbeiten ja auch mit Klubs wie dem BVB, Leverkusen, Stuttgart, Hertha und Jürgen Berlin zusammen. Auch im Ausland mit Tottenham, Atletico Madrid haben sie schon durchaus bei der Sponsorensuche geholfen. Das ist natürlich ein großer Vorteil, weil solche dann eben natürlich auch ein Netzwerk haben. Auf der anderen Seite kann es natürlich aber auch dann mal dafür sorgen, dass vielleicht der ein oder andere Verein Kontakte nutzen kann, um Sponsore zu finden und dann eben nicht Schalke. Also Interessenskonflikte sind logischerweise auch möglich. Sport5 wird aber ein spezielles Schalke-Team aus ihren Mitarbeitern benennen. Die werden auch dann in den kommenden fünf Jahren bei uns auf der Geschäftsstelle arbeiten und sozusagen normale Schalke-Mitarbeiter sein. Werden allerdings weiter ganz interessant von Sport5 bezahlt. Generell ist auf jeden Fall auch klar, dass Schalke natürlich finanziell sich davon Profit erhofft. Kurzfristig wird das aber nichts. Denn die Watz hat berichtet, dass es natürlich durchaus schon branchenüblich ist, dass man eine Einmalzahlung bei der Vertragsunterschrift bekommt. Das hat allerdings Schalke nicht ausgehandelt. Denn statt einer Einmalzahlung hat man sich mit Sport5 auf niedrigere Provisionssätze geeinigt. Und davon verspricht man sich auch im Blick auf die Vertragsdauer von fünf Jahren mehr als bei einer sofortigen Zahlung. Die Provisionssätze, die liegen laut der Watz bei unter 10 Prozent. Es gibt aber auch eine garantierte Summe bei den Vertriebserlösen. Das heißt laut der Watz vereinfacht der Vermarkter, sprich Sport5, sichert Schalke zu, dass er durch seine Arbeit pro Saison mindestens eine bestimmte Summe an Sponsoringerlösen erwirtschaftet. Wenn das nicht gelingen sollte, müsste Sport5 dieses Geld aus eigener Tasche zahlen. Das ist natürlich generell eine spannende Geschichte, weil Schalke damit auf jeden Fall eine Plangröße hat, die man auch Jahr für Jahr der DFL durchgeben kann, was beim Thema Lizenzierung natürlich auch wichtig ist. Und der Vertrag zwischen Sport5 und Schalke gilt für die Bundesliga, die zweite Bundesliga und die dritte Liga. Und für alle drei Ligen wurden individuelle Ziele vereinbart. Schalke selber hat ja auch in der jüngeren Vergangenheit bereits mit Vermarktern zusammengearbeitet. Auch Matthias Tillmann und Axel Hever kennen sich damit ganz gut aus, denn Trivago hat ebenfalls Erfahrungen mit Sport5 gemacht, denn über die Agentur wurde man 2021 ein Trainingskits-Sponsor beim FC Chelsea. Also auch dort ist eine bestimmte Verbindung auf jeden Fall schon mal da. Natürlich gibt es aber auch Dinge, die vielleicht dann kritisch gesehen werden könnten. Ich finde, es ist ein schwieriges Ding, das auf jeden Fall jetzt beurteilen zu können. Beispielsweise Raphael Brinkert, er hat ja einen der bekanntesten deutschen Marketingagenturen und Schalke-Fan, hat den Abschluss relativ neutral beurteilt. Es ist ein Deal, der sicherlich keinem leicht fällt, aber einer, welcher der aktuellen Realität geschuldet ist. Und deswegen drückt das sicherlich auch die ganze Geschichte nochmal ganz gut aus. Wir stehen an einem Punkt bei unserem Verein, wo so viel schlecht gelaufen ist, dass man teilweise auf einen solchen Deal angewiesen ist. Und Uli Petzl, den ja auch viele kennen, der auch durchaus ein Heverkritiker ist, der hat gesagt, weder Aufsichtsrat noch Forscher haben die notwendigen Kontakte und wollen sie scheinbar auch nicht aufbauen. Denn nur mal als Beispiel, wenn wir noch Clemens Tönnies als Vereinschef hätten oder er zumindest jetzt auch wieder helfen könnte, was er die Opposition will, dann bräuchte man eine solche Geschichte gar nicht, weil eben solche Akteure ein Netzwerk haben. Nur mal als Vergleich, um da nochmal darzustellen, was es da auch dann am Ende nochmal auf sich hat. Eine Rückkehr in die Eigenvermarktung von Schalke ist eben dann in fünf Jahren möglich. Das ist wohl möglich auch geplant, denn dann soll, so sieht auf jeden Fall die sportliche Planung aus, Schalke sowieso wieder ein etablierter Bundesligist sein. Das ist die Planung laut der Watz. Und deswegen soll das eben jetzt eine Übergangslösung sein, könnte man sagen, mit Sport5. Und trotzdem gibt es natürlich hier durchaus Kritik, die ich auf jeden Fall auch verstehen kann. Man muss aber auch jetzt natürlich erstmal abwarten, wie die ganze Geschichte dann tatsächlich laufen wird. Und bei einer Geschichte wird man es sicherlich auch dann schon in einer schnelleren Zukunft sehen können, was dort eben passiert, wie gut eine mögliche Zusammenarbeit tatsächlich sein kann. Und da geht es natürlich um das Thema Hauptsponsoren-Suche. Es ist ein Thema, was uns Schalke sicherlich seit Jahren beschäftigt. Nachdem man sich vollkommen richtigerweise natürlich auch von seinem langjährigen Hauptsponsor Gaspom getrennt hat, gab es ja auf unserem Trikot sehr viel hin und her. Wir hatten Viva West, was sicherlich ein guter Deal war für die damalige Zweitliga-Rückrunde. Es gab dann meinauto.de während der Bundesligasaison, die man auch sozusagen nur gefunden hat durch eine Agentur, weil auch dort die Netzwerke von Bert Schröder nicht gut waren. Auch das hat man ja dann im letzten Sommer gesehen, wo meinauto.de ausgestiegen ist, als Hauptsponsor von der Klausel Gebrauch gemacht haben und dann Felddienst eingesprungen ist. Aber dieser Vertrag mit Felddienst läuft ja eben nur zum Saisonende. Es wurde jetzt von allen Seiten betont, dass das auch dabei bleibt, dass das auch eben auch der klare Plan ist. Und deswegen sucht man natürlich nach einem Großsponsor für unsere Trikotbrust. Das ist alles andere als eine einfache Suche. Ein solcher Prozess dauert auch seine Zeit weit mehr als ein halbes Jahr. Dauert laut der Watz und auch laut Matthias Tillmann ein Zusammenkommen eines solchen Deals. Und das auch im häufigen Falle. Also davon kann man auf jeden Fall schon ausgehen. Und da wird es eben dann interessant sein, inwiefern Spot5 uns hier helfen wird. Denn aktuell hat man sich noch nicht mit einem neuen Hauptsponsor geeinigt. Aber laut der Watz laufen die Gespräche mit den potenziellen Partnern. Auch Spot5 wird natürlich nun in die Gespräche eingebunden sein. Und was auf jeden Fall aus dem Club heraus schon klar gemacht wurde, man ist überzeugt davon, dass man rechtzeitig einen neuen Hauptsponsor präsentieren kann. Und damit anders als im letzten Sommer, wo ja Felddienst ganz klar auch als Notlösung eingesprungen ist, kurz am Saisonstart. Sowas will man nun auf jeden Fall vermeiden. Also es herrscht eine gewisse Zuversicht bei der Suche nach einem neuen Hauptsponsor. Auch daran werden sich natürlich Axel Hefer und Matthias Tillmann messen lassen. Inwiefern damit auch dann schon der Deal mit Spot5 funktioniert hat. Oder möglicherweise auch nicht. Also es stehen spannende Wochen bei uns auf Schalke bevor. Spannend wird es natürlich auch in den nächsten Wochen für Marc Wilmotz. Er ist ja im Winter als Sportdirektor gekommen. Bislang macht er vielleicht auch nicht die glücklichste Figur. Sowohl in Sachen Transfers als auch in Sachen von manchen Aussagen, die er so tätigt. Thema Brandons Hobby hat er dort vor allem auch für Diskussionen gesorgt. Und es gibt wohl auch grundsätzliche Kritik an seiner Arbeit. Es ist ein Bericht der Sportbild, also auch hier nochmal die Informationen von mir direkt mal für euch. Wenn ihr dem keinen Glauben schenkt, vollkommen okay. Wen es interessiert, hört gerne zu, was die Sportbild da auf jeden Fall vermeldet hat. Denn laut der Bild ist aus der Kabine zu hören, dass die Profis den Ton von Marc Wilmotz als extrem harsch wahrnehmen. Es wird auch darüber getuschelt, dass Gerrards und Wilmotz häufig französisch oder auch flämisch miteinander sprechen würden. Sodass eben dann die meisten Spieler sie nicht verstehen. Marc Wilmotz hat sich zu dem Vorwurf aber auch dann mal offen und ehrlich geäußert. Diese Frage beinhaltet eine Unterstellung. Nämlich, dass wir absichtlich französisch oder flämisch sprechen, damit andere uns nicht verstehen. Das ist Quatsch. Wenn ich eins zu eins mit jemandem rede, mache ich das in der Sprache, die für beide am besten passt. Wenn es aber relevante Informationen für die Gruppe sind, sprechen wir so, dass es alle verstehen. Und unabhängig davon, meiner Meinung nach, ob man jetzt Marc Wilmotz gut oder schlecht als Sportdirektor findet, finde ich diese Einstellung von ihm auch vollkommen richtig. Also warum sollte sich Marc Wilmotz mit Karre Gerrards in einem Einzelgespräch auf Deutsch unterhalten, wenn sich beide auf Französisch, Flämisch oder was auch immer besser unterhalten können? Das würde ja überhaupt gar keinen Sinn ergeben, wenn sie dort auf Zwang irgendwie Deutsch sprechen sollen. Natürlich, und auch das ist klar, und auch das hat der Wilmotz betont, ist es was anderes, wenn man zur Gruppe spricht und einfach dort natürlich dann noch größtenteils Deutsch gesprochen wird, dass man das eben dann auch macht. Und trotzdem ist da auf jeden Fall schon eine gewisse Kritik da. Marc Wilmotz ist ja nach seiner Unterschrift so mit Matthias Tillmann dann noch ins Trainingslager gereist. Und da hat sich Wilmotz erstmal gewünscht, sich beim Team und den Mitarbeitern vorstellen zu können. Und ganz interessant war da, dass er den Betreuerstab des Raumes verwiesen hat, um eben auch dann seine erste Ansprache halten zu können. Also Karre Gerrard zum Beispiel, der ist sitzen geblieben. Die meisten seiner Assistenten haben wir den Saal verlassen. Und das herrschte dann wohl auch für großes Unverständnis bei unserer Mannschaft. Und auch dazu hat sich Marc Wilmotz geäußert. Ich habe zuerst mit den Spielern sprechen wollen. Mit dem Staff gab es in der Folge ein separates Gespräch. Das Ziel war es, einige Botschaften direkt an die Mannschaft zu richten. Bei dem Gespräch mit der Mannschaft war natürlich Karre Gerrard als Cheftrainer mit dabei. Genauso wie der Vorstandsvorsitzender Matthias Tillmann. Also auch hier somit ein durchaus, ich würde sagen mal, wilder Vorwurf der Bild-Zeitung. Eine durchaus wilde Kritik an Marc Wilmotz. Aber ich wollte die ganze Geschichte trotzdem mal hier ganz gerne mit reinbringen. Denn meistens ist ja schon auch ein bisschen was dran. Ob das dann so ist, weil einzelne Spieler der Bild-Zeitung einfach nur eine solche Geschichte auftischen. Ob es einfach generell nur eine Lüge ist, um eine gewisse Unruhe einfach dort reinzubringen. Und vielleicht noch Marc Wilmotz zu kritisieren. Ist dann sicherlich nochmal jedem selbst überlassen, wie man das beurteilt. Aber gut. Es ist auf jeden Fall so, dass diese Berichte da sind. Das ist, finde ich, aber auch dann gut, dass sich Marc Wilmotz dazu äußert. Und wie man es eben dann auch als Fan für sich einordnet, muss logischerweise auch dann jeder für sich selbst entscheiden. Kommen wir damit aber auch nochmal zu einem etwas anderen Thema, abseits von unseren sportlich Verantwortlichen und blicken auf Asan Uedraogo. Der ist ja so langsam wieder im Mannschaftstraining mit dabei. Da gab es ja die letzten Tage gute Nachrichten. Und gute Nachrichten liefert uns nun auch Sport 1. Denn ein Verbleib von Uedraogo auf Schalke über den Sommer hinaus galt ja lange Zeit als unwahrscheinlich bis nahezu ausgeschlossen. Die letzten Medienberichte, sowohl von der Bild, vom Kicker, von Sky, gingen ja immer wieder ganz klar in die Richtung, Uedraogo wird Schalke im Sommer ganz klar verlassen. Die einzigen Fragen sind noch, wohin geht er und wie viel Geld wird Schalke bekommen? Leipzig, Frankfurt, Bayern sind die Vereine, die konkret Interesse zeigen. Eine Ablöse zwischen 7 und 15 Millionen Euro ist für uns wohl drin. Und das waren ja die Themen, die in der Personalie Uedraogo die letzten Wochen vor allem auch besprochen worden sind. Aber laut Sport 1 kann es hier tatsächlich zu einer Kehrtwende kommen. Denn Uedraogo kann sich sogar durchaus vorstellen, bei Schalke zu bleiben, wenn der Klassenerhalt gelingt. Es stehen in den nächsten Wochen weitere Gespräche zwischen Schalke, Assan Uedraogo und dessen Vater, Alassane Uedraogo an. Und dort will man eben auch da mal gucken, in welche Richtung es gehen könnte. Ein Verbleib ist laut Sport 1 aber auf jeden Fall möglich. Es gab ja auch hier wiederum in den letzten Wochen dann auch mal einige Meinungen von Fans, die gesagt haben, ja warum sieht sich Uedraogo schon selber in der Bundesliga, obwohl er in der 2. Liga gerade mal 11 Spiele gemacht hat, die letzten Wochen nur verletzt war, warum will er denn auf einmal schon so viel? Und da muss man erstmal ganz klar zu sagen, das habe ich hier auch in jedem Bericht dazu ganz klar unterstrichen, Uedraogo selber, und das wurde auch in jedem Bericht betont, will sich mit seiner Entscheidung Zeit lassen, konzentriert sich nur auf seine Rückkehr auf den Platz und das wurde immer so betont. Es wurde nie gesagt, dass sich Uedraogo selber irgendwie schon in der Art und Weise entschieden hat, dass er Gespräche selbst mit anderen Vereinen oder schon klar gesagt hat, er will Schalke verlassen. In die Richtung ging es nie. Es ging nur in die Richtung, dass es einfach wahrscheinlich ist, dass Uedraogo Schalke verlassen wird, weil es eben auch dafür schon sehr konkrete Angebote gibt, er selber sich aber erstmal auf die Rückkehr auf dem Platz konzentrieren möchte. Was aber auch klar ist und was man natürlich auch nicht vergessen darf, sollte es am Ende ein finanziell gutes Angebot für Uedraogo geben, dann wäre auch Schalke nicht abgeneigt, ihn abzugeben. Denn man ist auf Einnahmen angewiesen, sowohl eben dann, um auch selber Transfers tätigen zu können, um natürlich aber auch, wie in der Vergangenheit es ja auch gezeigt worden ist, das Geld in andere Bereiche stecken zu können. Und deswegen ist ein Abgang auch weiterhin sehr wahrscheinlich. Aber auch ein Verbleib ist eben möglich geworden. Uedraogo ist natürlich auch einer, der jetzt erstmal auf den Platz zurückkehren will. Der Plan ist laut Reviersport, dass er nun auch im Laufe dieser Woche wieder voll ins Training einsteigen soll. Und dabei spielt dann erstmal eine große Rolle, wie er die Belastung verkraftet. Bislang scheint das auf jeden Fall gut zu gelingen. Er hat auch Reviersport nach dem Wiesbaden-Spiel bestätigt, dass es ihm gut geht. Aber gegen Magdeburg am Samstag wird da wohl noch keine realistische Alternative sein. Zumindest kann man das noch nicht wirklich absehen. Aber man will eben auch dort kein Risiko eingehen. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung sich Uedraogo bei uns noch in der Rückrunde entwickeln wird. Sollten wir absteigen, ist er eh weg. Ich glaube, das sollte jedem klar sein. Sollten wir drin bleiben. Wäre es natürlich auch für ihn erstmal gut, dorthin zu gehen, wo er Spielpraxis sammeln kann. Das macht bei uns vielleicht Sinn. Das kann vielleicht aber auch trotz seiner geringen Spielanteile schon jetzt meinem Bundesligisten Sinn machen. Denn auch eine Sache sollte klar sein. Rein sportlich können wir ihm keine so gute Perspektive bieten. So ehrlich muss man sein. Auch wenn natürlich das Thema Spielpraxis für den 17-Jährigen am wichtigsten sein sollte. Trotzdem glaube ich, ist ein Abgang immer noch das wahrscheinliche Szenario. Aber schon interessant zu hören, was Sport1 hier berichtet. Dass ein Abgang auf jeden Fall noch nicht fix ist und ein Verbleib doch noch möglich zu sein scheint. Und jetzt könnt ihr immer gerne eure Meinung zu den aktuellen S04 News in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao. Und Glück auf, Anale Schalker.